Wieso? Ne, erklären Sie, doch, sagen Sie. Sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht. Guck, sag ich! Sie wisst es nicht. Mir tut niemand weh. Kinder spielen mit Zeile, Kinder spielen mit Feuerwerken. Es gibt Silvestre, es gibt Silvestre. Wir haben auch keine Luft. Alle sterben. Ich möchte darum bitten, dass von euch jemanden die Kette rausgerissen hat. Rausgerissen? Wie bitte? Machen Sie sie mal rein. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass sie sie hier machen. Und dann seid solche Namen. Das ist doch lächerlich, das muss man nicht rausreißen. Das ist eine perfekte Dübel, der viel zu groß ist. Das stimmt noch nicht. Wir springen noch nicht. Wenn der Stein aussieht. Welcher denn? Da, überraten Sie euch das mal an. Wir springen doch drüber. Schauen Sie, was passiert. Ich erkläre es Ihnen mal. Hören Sie mal bitte. Hören Sie doch mal zu. Wenn Sie nicht mal zuhören wollen, dann verstehen Sie es nicht einmal. Wenn Sie nicht zuhören wollen. Sie sehen so, dass es geht. Schauen Sie mal. Ich fahre nicht. Ich spiele nicht. Dies ist mein Job. Verdammt. Skateboarding. Guck, das sind Leute die noch wissen. Alles andere, wie du mal arbeitest! Ja, streckt mal euer Hirn an! Tut mal was Scheiße! Sie wissen gar nicht! Sie wissen gar nicht über Skateboard!